Humanistische Grüße und ein wunderschönes Hallo zu einem neuen Thema. Deutschland ist staufrei. Ich fahre ja auch ab und zu Auto und ich merke dann immer, es gibt so viele Staus, so viele Leute sind unterwegs, so viele Leute sind auch alleine unterwegs. Und vor allem, die Leute sind so gestresst, genervt, aggressiv teilweise, fahren wie die Bekloppten. Und ich denke mir immer, es könnte so einfach sein. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt und möchte das gerne in diesem Video thematisieren und behandeln. Ist es möglich oder ist es Utopie, ein, ja, ein staufreies Deutschland? Was können mögliche Punkte, Ideen sein, damit wir dahin kommen? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß. Die Frage der Notwendigkeit stellt sich natürlich für die, die jetzt vielleicht sich vielleicht denken, hä, warum überhaupt staufrei? Ich fahre gerne Auto. Nee, keine Sorge, es ist jetzt kein Anti-Autofahrer-Video oder irgendwie sowas und ich möchte auch niemandem das Autofahren verbieten. Aber es geht um gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und eine gewisse Notwendigkeit zu handeln, weil ich denke, das Problem ist auf jeden Fall lösbar. Wir haben 67 Millionen zugelassene Fahrzeuge. Also das beinhaltet alle Fahrzeuge. Je mehr Fahrzeuge es gibt, umso mehr Unfälle gibt es natürlich auch, umso mehr Tote gibt es und umso mehr Verletzte gibt es. Das sind offizielle Zahlen, Quellen findet ihr in der Beschreibung. Dazu haben wir pro Tag 1400 Staus, die gemeldet werden. Zu diesen Staus, das multipliziert sich hoch zu über 500.000 Staus im Jahre 2020. Und das bedeutet, runtergerechnet auf die einzelne Person, dass ihr 120 Stunden im Jahr allein im Stau steht. Trotz Corona, also die Zahlen sind leicht gesunken, aber dann wieder trotz Corona im Jahr 2021 auch wieder stark angestiegen. Also es gibt eine gewisse Notwendigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln. Hinzu kommt natürlich, dass alle Menschen, also ich kenne niemanden, der das geil findet, irgendwie im Stau zu stehen. Alle Menschen sind eigentlich genervt davon, sind gestresst davon, verlieren Zeit. Das geht auf die Gesundheit. Es gibt wirtschaftliche Aspekte, Umwelt, Klima Aspekte, der Verbrauch der Ressourcen. Und es ist dazu ein Problem, was wir lösen können mit klugen Ideen, mit Technologie. Und diese möchte ich euch gerne in den folgenden Punkten vorstellen. Punkt Nummer eins, natürlich Bürokratieabbau in Sachen Bauverfahren und Baustellen. Ultra oft fällt mir das auf, dass wochenlang es irgendwo irgendwelche Baustellen gibt, wo einfach nichts vorangeht und somit auch es einen Faktor gibt, der zu Staus beiträgt. Und ich denke, hier ist ganz, ganz viel Potenzial wirklich zu gucken, die Verfahren zu beschleunigen, irgendwelche Anträge zu beschleunigen, einfach es unbürokratisch zu machen, dass ganz, ganz schnell Baustellen geschlossen werden und gerade auf der Autobahn, gerade auf den Autobahnen in Deutschland spielt das, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Punkt Nummer zwei, kommunale Lebensmittellieferdienste als Serviceleistung für Familien und Haushalte. Ihr müsst euch ja vorstellen, ihr habt in einer gewissen Stadt eine bestimmte Fläche, da wohnen x Haushalte, 100 Haushalte, die gehen in der Regel immer das Gleiche einkaufen. Und somit macht es sehr, sehr viel Sinn, wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche einkaufen gehen oder einmal, ist ja egal, dass man ein bestimmtes Gebiet regelmäßig durch kommunale Lieferdienste beliefert. Also das heißt, wenn bei euch zu Hause ihr irgendwie eine digital, also man kann es digital natürlich verknüpfen, eine digitale Meldung abgebt, okay, ich brauche bald wieder dies, das, jenes oder dies, das, jenes hat sich in meinem Bestellungsplan geändert, dann gebt ihr das einfach ein. Das wird zentral gesammelt und es wird ein bestimmtes Gebiet von einer bestimmten Größe, wo, weiß ich nicht, vielleicht 10.000 Menschen leben, beliefert. Weil ab einem bestimmten Punkt, wenn ihr genug Daten habt, kennt ihr das Einkaufsverhalten. Und wenn wir ehrlich sind, ihr kauft in der Regel schon das Gleiche. Ihr könnt trotzdem noch, also ich will nicht die Supermärkte schließen, ihr sollt trotzdem noch einkaufen gehen können. Aber ich will es quasi optimieren, dass diese Sachen, die ihr sowieso kauft, dann über diesen Lieferdienst geliefert bekommt in einen regelmäßigen Abstand. Und so fahren halt statt 100 Familien, die zweimal die Woche einkaufen fahren, nur noch ein oder zwei größere elektrische in dem Fall oder wasserstoffbetriebene Lieferfahrzeuge umher und machen nichts anderes, als diese Familien und Haushalte regelmäßig mit Lebensmitteln zu beliefern. Und es funktioniert ja auch schon, wenn ihr an bestimmte Anbieter denkt, im Online-Shopping, da geht das ja auch schon ziemlich gut. Und warum nicht auch da? Es müssen ja keine großen Firmen sein, also ich bin auch ein Förderer der kleinen Unternehmen. Es können ja auch kleine kommunal betriebene Dienstleister sein, die das einfach übernehmen, anstatt man das halt an große Firmen outsourced. Punkt Nummer drei, ähnliches Modell, nur bezogen auf Kind, Kita und Schule. Also auch da gilt das Gleiche. Es fahren super viele Eltern ihre Kinder zur Schule oder zur Kita und da wäre das Gleiche möglich. Da gibt es ja auch einen regelmäßigen Ablauf, regelmäßige Zeiten. Und da könnte man genauso gut diese Transportdienste, diese kleinen E-Busse für diese Eltern als Serviceleistung in einer bestimmten Kommune, in einem bestimmten Gebiet anbieten. Punkt Nummer vier, Anreize und Ausbau von Homeoffice. Wäre zum Beispiel nicht erst seit Corona eine gute Idee gewesen, auch schon vorher. Und da kann der Staat zum Beispiel sagen, okay, wir gehen mit 75 Prozent Subventionierung rein und sagen den Unternehmen, den Organisationen hier, wir subventionieren das. Bitte versuche doch deinem Arbeitnehmer, deiner Arbeitnehmerin, einen Homeoffice-Arbeitsplatz einzurichten. Das denke ich, ist auch eine sehr, sehr gute Methode, da Anreize zu schaffen, damit die Leute weniger in die Karre steigen und es somit weniger Staus gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich grundsätzlich der Ausbau und die Subventionierung vom öffentlichen Personennahverkehr. Da kann der Staat, glaube ich, sehr, sehr viel machen. Da gibt es noch sehr viel Luft nach oben und es kann darüber hinaus natürlich auch Zuschüsse geben, genauso wie bei der Subventionierung von irgendwelchen Homeoffice-Arbeitsplätzen, also Kostensubventionierung, Zuschüsse geben zu gewissen Jahrestickets, dass der Bürger quasi überlegen kann, okay, fahre ich mit dem Auto oder hole ich mir so ein Jahresticket bei der Bahn oder wo auch immer, das wird vom Staat unterstützt. Das ist für mich effizient, da spare ich Geld. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man machen kann darüber hinaus. Automatisierte kleine E-Busse, also da, wo es bestimmte Strecken, bestimmte Hotspots gibt, wo Leute sowieso lang fahren oder zur Arbeit fahren, kann man automatisierte E-Busse einrichten, um auch ein Stück weit für Entlastung auf der Straße zu sorgen. Punkt Nummer 6, der Staat als Vorbild in Sachen Maßnahmen und in Sachen Homeoffice kann auf jeden Fall hier auch wirken, indem er seinen Mitarbeitern, seinen Mitarbeiterinnen Homeoffice-Arbeitsplätze anbietet und für eine Entlastung sorgt. Darüber hinaus können, sollte sich der Staat als Ziel setzen, alle staatlichen Leistungen, also egal, Führungszeugnis, Jobcenter-Anträge, wenn ihr heiraten wollt, wenn ihr ein Auto anmelden wollt, alle diese Leistungen, die mit dem Staat zu tun haben, sollen bis Ende 2024 digital beantragt werden können. Analog wäre dann so ein Zusatz, ja, für ältere Menschen oder Menschen, die die technische Ausstattung nicht haben oder was auch immer, soll es immer die Möglichkeit noch geben, zu der jeweiligen Behörde hinzufahren und dort das Gleiche zu beantragen. So habt ihr keinen Nachteil und ihr spart sehr, sehr viel Zeit und natürlich auch sehr, sehr viel Wege mit dem Auto. Ja, Punkt Nummer 7, auch ein ganz einfacher Punkt, Ausbau und Anreize für gute und langlebige E-Bikes und E-Scooter. Auch da kann der Staat wieder sagen, okay, wir fördern diesen Ankauf und subventionieren, wir geben euch ein bisschen Geld, damit ihr euch so ein gutes E-Bike oder einen guten E-Scooter anschafft, damit ihr einfach nicht mehr auf das Auto angewiesen seid. Gerade bei so kürzeren Strecken macht das definitiv sehr, sehr viel Sinn. Punkt Nummer 8, mein Lieblingspunkt und der wichtigste Punkt, die Abfrage der Arbeitszeit von Mitarbeitern der jeweiligen Bundesländer. Also es gibt ja auch eine gewisse Anzahl von Arbeitnehmern in jedem jeweiligen Bundesland, Organisationen, Firmen etc. pp. Das kann auch mit Hilfe der Digitalisierung abgefragt werden, erhoben werden, wer hat wie viele Mitarbeiter wo, wie pendeln die, wann beginnt die Arbeitszeit, wann hört die Arbeitszeit auf, wie ist der Rhythmus. Wenn man diese Daten in einem bestimmten Bundesland, ich bin ja in NRW, da ist das, kann man das glaube ich sehr, sehr gut erfassen, weil es ja sehr, sehr viele Staus gerade auf zum Beispiel der A40 gibt. Wenn man das klug erfasst, wenn man diese Daten zusammenbringt, kann man eine gewisse Entzerrung machen, man kann eine Anpassung, eine Optimierung vornehmen in Sachen Fahrzeichen, Abgleich des Arbeitsbeginn und des Arbeitsendes. Das heißt, mit der Regierung, mit den Unternehmen zusammen, wird geschaut, okay, wie kann ein optimaler Ablauf von den Menschen, die bis dahin immer noch mit dem Auto zur Arbeit fahren, fahren müssen, wie kann dieser Ablauf gelingen, um auch hier eine Entzerrung zu vollziehen, damit es überhaupt gar nicht mehr zu Staus kommt. Das heißt, entweder fängt jemand ein bisschen früher an oder ein bisschen später. Also so diese ganze Daten auch mit Hilfe der Digitalisierung, mit Unterstützung der Firmen, mit Hilfe natürlich auch der Regierung, der Verkehrsministerium zusammenzuführen und somit eine kluge Verteilung zu machen, wann die Menschen anfangen zu arbeiten, wann sie aufhören und wie man das sehr, sehr sinnvoll optimieren kann, um halt die großen, die langen Staus auf den Autobahnen zu vermeiden. Punkt Nummer 9 beziehungsweise ein paar kleinere Punkte, steuerliche Anreize setzen, also zum Beispiel Entfernungspauschale erhöhen oder zum Beispiel verdoppeln, wenn ihr jemanden mitnehmt, steuerliche Anreize in Sachen Absetzbarkeit von Tickets, also wenn ihr ein Bahnticket kauft, dann sollt ihr das doppelt absetzen können oder zum Beispiel auch so Sachen Mitfahrprojekte fördern, also wenn jemand eine kluge App entwickelt in einem bestimmten Gebiet oder ich habe in Österreich oder in der Schweiz gelesen, da war das sogenannte Mitfahrbänke, wo die Leute einfach sich hinstellen können und andere Leute nehmen die mit. Also wenn es solche Projekte gibt, dann müssen die auf jeden Fall gefördert werden. Er hat da natürlich eine intelligentere Ampelschaltung, so dass es gar nicht mehr zu Verzögerungen kommt. Ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel Luft im technischen Aspekt nach oben, ebenso ein Sekundenzähler an Ampeln. Wenn ihr schon wisst, von Weitem schon seht, okay, so und so lang geht die Ampel noch, überlegt ihr ja schon, ihr passt euer Fahrverhalten an. Und somit kommt es auch wahrscheinlich zu weniger Staus. Dazu natürlich das Thema Bürgerbeteiligung. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die haben noch sehr, sehr gute Ideen zum Thema, die sich natürlich mit einbringen können und so. Und natürlich auch ein bisschen Akzeptanz zu schaffen in der Bevölkerung, dass ihr sagt, als zum Beispiel Regierung, okay, wir befragen jetzt erst mal die Bürger zu dem jeweiligen Thema. Dazu natürlich noch stauvermeidende Inhalte, stauvermeidendes Fahrverhalten in der Fahrschule viel, viel mehr fördern. Punkt Nummer 11, den Menschen natürlich die Vorteile, die sie daraus haben, da werden wir gleich noch drauf kommen, erklären, die Menschen mitnehmen, es transparent machen und natürlich auch noch die Radwege ausbauen, sicher ausbauen. Das wären ja dann nicht nur Radwege, das wären ja auch die Wege für die E-Scooter. Dazu kluge Apps, die die ganzen Daten natürlich bündeln, zusammenfassen, gewisse Staumelder, falls es dann noch welche gibt. Und was ich, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll finden würde, dass ihr eine gewisse Prämie gebt, wenn ihr irgendeine App installiert habt von eurem Versicherungsgeber, der sagt, okay, ich will konstant dein Fahrverhalten aufzeichnen. Alles natürlich unter datenschutzrechtlichen sicheren Aspekten, dann kannst du, wenn du dich an ein bestimmtes Fahrverhalten hältst, an ein zum Beispiel stauvermeidendes Fahrverhalten, einen bestimmten Bonus bekommen für das jeweilige Jahr. Oder wenn du zum Beispiel das Fahrzeug so wenig wie möglich setzt, also von der Versicherung zum Beispiel zu sagen, okay, je weniger du das Fahrzeug grundsätzlich nutzt, umso höher wird am Ende dein Boni sein. Diese ganzen Sachen sind natürlich im Verbund zu sehen. Also das kann nur funktionieren, wenn man genug Menschen überzeugt, mitnimmt und ihnen die Vorteile auch darlegt und nahe bringt. Also mehr Gesundheit. Also wenn ihr weniger gestresst seid, seid ihr in der Regel gesünder. Ihr habt dadurch, wenn es staufrei, ja das fängt ja schon damit an, sich allein das mal vorzustellen, die Gesellschaft, die Bevölkerung, die Menschen sind ja so daran gewöhnt, grundsätzlich, dass es Stau gibt. Jeder regt sich auf, aber jeder nimmt es auch ein Stück weit hin. Deshalb erstmal Bewusstsein zu schaffen, sich das vorzustellen. Ein staufreies Deutschland würde ja schon ein Stück weit dazu beitragen, das überhaupt irgendwann umzusetzen. Mehr Zeit fürs Individuum, mehr Geld. Ihr habt dann mehr Zeit, irgendwas anderes zu machen oder Geld zu verdienen. Eine gesamte Entlastung, weniger Belastung für die Wirtschaft, wo zum Beispiel irgendwelche Speditionen einfach zu spät kommen, weil einfach es keine Staus mehr gibt und alles wirklich just in time ist. Also auch eine große Entlastung für die gesamte Gesellschaft in Kombination aus weniger Unfällen, weniger Krankheit, weniger Stress, mehr individuelle Zeit, irgendwas Sinnvolles zu machen und somit natürlich auch weniger Belastung für die Umwelt, für das Klima, Luftverschmutzung, gerade in den stark besiedelten Regionen ist das ja ein Punkt. Weniger Ressourcenverbrauch, wenn es weniger Staus gibt, dann verbraucht ihr natürlich auch weniger Sprit, weniger Benzin, es gibt weniger Verschleiß und es passieren natürlich weniger Unfälle und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit der freien Zeit, mit dem weniger Stress, den ihr habt, habt ihr natürlich auch mehr kognitive, gedankliche Ressourcen für die wichtigen Dinge im Leben. Ja, meine Lieben, ich glaube, das geht. Ich glaube, ein staufreies Deutschland ist nicht nur möglich, sondern auch nötig. Ich denke, wir können das hinbekommen und das fängt im ersten Schritt mit der Bewusstseinsbildung zu dem Thema an, dass ihr anfangt, diesen Gedanken weiterzutragen, zu verinnerlichen und euch vorzustellen, wie schön das einfach sein kann, wenn es keine Staus in Deutschland mehr gibt. Humanistische Grüße, Kommentare, Ideen, Anregungen, gerne unter das Video, schreibt mich gerne an, ich bin wirklich auch an euren Ideen zum Thema interessiert, was euch noch einfällt und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald.